Siegge-Mittel Hallo liebe Kinder! Ich bin es wieder, der Siegge-Mittel und ich habe euch heute wieder etwas Lustiges mitgebracht zum Trommeln. Letzte Woche habe ich meine Bäume ausgeschnitten. Da ist auch eine Hasel dabei gewesen und die hat wunderschöne gerade Stöcke. Na ja, gut, der ist ein bisschen krumm, aber der ist auch ein bisschen krumm, aber das macht ja nichts. Also es sind halbwegs gerade gewachsen und die kann man sehr schön nehmen. Da haben wir hier oben zum Beispiel, haben wir mit einem Schmirkelpapier das Ganze ein bisschen entschärft, damit man nicht gleich durchschlägt, denn wir wollen jetzt nämlich damit dann auf Kartons trommeln. Es geht ja dabei bei dieser ganzen Vorführung darum, dass man Gegenstände verwendet, die man einfach so daheim rumliegen hat, wo man sich gar nicht groß was kaufen muss, sondern einfach mal mit einfachsten Mitteln loslegen kann. In dem Fall habe ich hier einen Karton, ja, irgendwo aus dem Versand und der ist jetzt leer, beziehungsweise ein bisschen Packmaterial ist noch drin, aber das soll uns nicht stören. Und da kann man jetzt damit drauf rumklopfen. Und ihr seht, dadurch, dass die Kanten jetzt entschärft sind, geht auch der Karton überhaupt nicht kaputt. Der bleibt einfach ganz und man hat da ganz lange Freude dran und kann mit diesem Karton umeinander klopfen, wie man lustig ist. Das ist das eine, Stöckchen, Karton. Auch da lassen sich lustige Übungen machen. Ich empfehle immer, schaltet euer Radio ein oder euer iPod oder was immer ihr daheim habt, oder vielleicht auch einfach einen CD-Spieler, wer sowas noch hat und trommelt einfach zu euren Lieblingsliedern. Das macht nämlich am meisten Spaß, weil man dann merkt, oh, die kochen ja auch alle bloß mit Wasser. Das ist gar nicht so schwer, ne? Dann habe ich hier was ganz besonders Schönes. Das war früher, im früheren Leben, ein kleiner Joghurteimer. Also, ne, da war irgend so ein Joghurt-Trink drin. Ich weiß jetzt nicht, ist ja auch egal, was das für ein Joghurt-Trink war. Es war jedenfalls einer. Mittlerweile sind da kleine Steine von der Straße drin und man kann damit wunderschön rasseln. Also, man muss sich nicht die teuren Klappereier kaufen aus dem Musikalienfachhandel, sondern man kann einfach mal sowas auffüllen und hat dann dran viel Freude. Eine andere Sache will ich euch noch zeigen. Diesen Topf. Der schaut ziemlich übel aus. Habe ich im Sperrmüll gefunden, aber er hat den Vorteil, er ist ganz dünnwandig und aus Aluminium. Und, klingt auch so nicht besonders spektakulär, aber er hat zwei verschiedene Klänge. Einmal am Rand einen sehr dumpfen und einmal am Boden einen sehr klaren, hellen Ton. Das heißt also, der Boden ist deutlich dichter wie der Rand und klingt deshalb viel schöner. Und da machen wir jetzt was Besonderes damit und zwar fülle ich da jetzt Wasser rein. Ich habe das vorbereitet, da ist Wasser drin in diesem Topf. Das ist ein alter Blumentopf. Also, müsst ihr jetzt nicht verwenden, weil da sind Löcher drin. Ich glaube, das gibt jetzt eine Sauerei, aber schauen wir mal. Das langt, glaube ich. So, und jetzt passt mal auf, was aus diesem Topf für ein wunderschöner Klang rauskommt. Hört ihr das? Das ist toll, oder? Und dadurch, dass ich das Wasser im Topf umeinander schwenke, klingt es dann so oi 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 oi. Und das ... Also, ich weiß nicht, ob das mit dem Kochtopf eurer Mutter auch funktioniert. Und ich weiß auch nicht, ob das eurer Mutter so Freude macht, wenn ihr auf ihren Töpfen rumklopft. Aber wenn ihr mal so einen alten Alutopf finden solltet, dann nehmt den unbedingt mit. Das ist ein unbezahlbares Rhythmusgerät. Für solche Effekte zahlt man im Fachhandel ganz viel Geld. Und da liegt es einfach auf der Straße rum. Ja, das sind die Instrumente, die ich euch heute zeigen wollte. Und vielleicht finde ich wieder neue Sachen und dann machen wir wieder einen neuen Film. Und bis dahin freue ich mich, wenn ihr viel Spaß daran habt. Tschüss, euer Sigi. Untertitelung des ZDF,ٹiness Church Hurẳig macht das ja? Untertitelung des ZDF, 2020